In der heutigen News-Folge geht es um Russland Grand Prix mit 30.000 Fans, Quali-Modus ab Belgien Grand Prix verboten, Funkregel während der Aufwärmrunde wird überprüft, Comeback von Istanbul und Jerez, Viertel und Este Martin Bekanntgabe beim Belgien Grand Prix, kostenlose Upgrades für AlphaTauri und Racing Point in 2021. Circuit Sanford wird Ende August umbenannt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Bisher sind alle Rennen 2020 als Geisterrennen ausgetragen worden, doch der Russland Grand Prix in Sochi soll im nächsten Monat mit 30.000 Zuschauern stattfinden, also in etwa die Hälfte der Kapazität. Auch in Mugello besteht die Möglichkeit auf ein Rennen vor einem Publikum, doch die Bestätigung gibt es bisher noch nicht. Grand Prix-Direktor Alexey Tito erklärte, dass die Ticketverkäufe nach drei Monaten wieder anziehen. Bis zu 32.000 Zuschauer könnten im Olympischen Park sitzen. Pitwalks, Autogrammstunden und ähnliches wird es zwar nicht geben, aber alternative Unterhaltungsangebote. Letzte Woche gab es Berichte darüber, dass die FIA ab 2021 den Quali-Modus verbieten wird. Das hat sich geändert, denn schon ab dem kommenden Grand Prix in Belgien in anderthalb Wochen soll es den besagten Modus nicht mehr geben. Größter Verlierer wäre demnach Mercedes und ihren Kundenteams. Der Grund ist, dass die FIA die Antriebe noch stärker regulieren möchte. Eine neue technische Direktive soll aber bis zum Bergen Grand Prix verschickt werden. Die FIA möchte die Funkregel während der Aufwärmrunde überprüfen, die Haas in Ungarn zum Verhängnis wurde. Beide Fahrer bekamen Anweisungen, dass sie sich nach der Aufwärmrunde in die Box begeben sollen, um sich die Trockenreifen abzuholen. Doch leider sind solche Anweisungen verboten, weshalb Rojan und Magnussen jeweils eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekamen. Gerüchten zufolge soll es 2020 ein weiteres Comeback neben Imola und dem Nürburgring geben. Istanbul und Jerez könnten in den Rennkalender rutschen und Vietnam ersetzen, der aller Voraussicht nach abgesagt wird. Der Türkei Grand Prix soll dann am 15. November stattfinden und ob in Jerez gefahren wird, steht noch nicht fest. Diese Gerüchte stammen von Sky Sports Italien. Die Rennstrecke im Istanbul-Park wird von der Intercity-Gruppe betrieben und diese bestätigten Ende letzten Monats, dass es nach 2017 erneut Gespräche mit der Formel 1 über ein Comeback des großen Preises der Türkei gab. Wo wir gerade über Strecken plaudern. Hier ist eine Übersicht, wie der finale Part des Rennkalenders für 2020 aussehen könnte. Auch diese Infos kommen von Sky Sports Italien. Laut Gazzetta dello Sport soll Vettel von Racing Point bzw. Aston Martin ein Vertragsangebot von 15 Millionen Dollar erhalten haben, der wohl zum Billing Grand Prix unterzeichnet wird. Er ist deren Wunschkandidat, aber per Sponsoren sind bereit, mehr Geld zu geben, um deren Entscheidung zu ändern. Die Rede soll von einem 3-Jahres-Vertrag sein und er soll Markenbotschafter für die britische Automarker werden. In anderthalb Wochen wird also Vettel Zukunft bekannt gegeben. Was denkt ihr? Wird der 2021 im Aston Martin-Team ein Cockbett bekommen oder wird es möglicherweise doch ein anderes Team? Schreibt es in die Kommentare. Die FIA hat bestätigt, dass nichts an der Regel geändert wird, die es Racing Point und AlphaTauri erlauben, 2021 kostenlose Upgrades vorzunehmen. Nach der Verschiebung des neuen Reglements auf 2022 genehmigte die 4 ein Tokensystem für die Entwicklung der Fahrzeuge für 2021. Die Teams haben nur zwei Token, um zwei minimale Schwachstellen aus den 2020er Boliden zu entfernen oder nur einen Token, falls es sich dabei um eine größere Schwachstelle handelt. McLaren als Beispiel hatte aber keine Wahl, weil bereits die Modifikation zum Einbau des Mercedes-Motors zwei Token kostet. In Artikel 22.8.5b des technischen Reglements für 2021 ist festgelegt, dass Teams, die aktuell Bauteile von 2019 einsetzen, diese ohne Einsatz von Token auf die Version von 2020 upgraden können. Racing Point und AlphaTauri bekommen von ihren Partnerteams Teile aus dem Vorjahr, wie zum Beispiel die Aufhängungselemente. Haas benutzt die gleichen Teile wie Ferrari und sie können sich so nicht verbessern. Ferrari und Renault verlangten, den Artikel zu streichen, jedoch ist die FIA der Meinung, dass dies unfair gegenüber der Planung dieser Teams wäre. Eine Einstimmigkeit musste her, aber diese gab's nicht. 2017 wurde aus dem Circuit Park Zandvoort das Park gestrichen, weil es nicht wirklich logisch war. Doch am 26. August um 15.25 Uhr wird die Rennstrecke erneut umbenannt. Weitere Details sind noch nicht bekannt, daher wird es eine Überraschung sein, wie der neue Name heißen wird. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ob wir tatsächlich Zuschauer beim Russland Grand Prix sehen werden? Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, ja, aber die Zuschauer müssen den Mindestabstand von anderthalb Metern auf jeden Fall einhalten. Wir alle wollen ja das Virus so schnell es geht eindämmen und von daher sollten die Zuschauer darauf Acht geben. Den Quali-Modus abzuschaffen, sehe ich eher zwiegespalten. Auf der einen Seite hat die FIA wieder einmal etwas zu verbieten, was ich nicht so toll finde und vor allem auch noch mitten in der Saison, aber auf der anderen Seite ist es wohl die Möglichkeit Mercedes anzubremsen, da sie ja den schlechtesten Motor von allen haben. Die Funkregel sollte meiner Meinung nach gelockert werden, denn die Sache mit der Haarstrafe und Ungarn ist echt lächerlich. Istanbul soll zurückkommen und Reyes vielleicht auch? Mann, der Rennkalender wird ja immer besser. Das sollte man in Zukunft auch so beibehalten und Strecken wie zum Beispiel Barcelona herausnehmen. Als Teststrecke ist sie ja gut, aber wenn dort Rennen gefahren werden, wird es ziemlich langweilig. Der restliche Kalender sieht auch gut aus. Das wäre super, wenn wir zum Belgien Grand Prix Vettels Zukunft wissen, wie es für ihn weitergeht. Gerade die Fans wünschen sich ja, dass er noch weiter in der Formel 1 bleibt. Was die kostenlosen Upgrades angeht, bin ich dagegen genauso wie Renault und Ferrari. Denn in meinen Augen ist das unfair gegenüber den anderen Teams. Die Regel mit der Einstimmigkeit ist auch schlecht. Wieso nimmt man da keine Abstimmung, wer mehr Stimmen hat? Ich weiß zwar nicht, wie die Rennstrecke dann heißen soll, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Verstappen im Namen der Rennstrecke vorkommen wird. Das haben einige Zuschauer unter meinem Insta-Post geschrieben. Ja, er ist der Grund, weshalb die Formel 1 nach über 30 Jahren zurückkehrt, aber ich könnte mir so etwas wie Sunford Raceway vorstellen. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Angezockt. Er hat eine Frage in Bezug auf Boliden und Abtrieb. Moin, habe mal eine technische Frage an dich. Man sagt ja, dass man in langsamen Kurven sehr viel Abtrieb braucht. Ich dachte aber, man braucht viel Abtrieb für schnelle Kurven und mechanischen Grip für langsame Kurven. Und was kann man daraus schließen, dass Mercedes in schnellen Kurven und Red Bull in langsamen Kurven schnell sind? Vielen Dank. Also, die Aerodynamik und auch den Grip benötigt man sowohl in den langsamen als auch in den schnellen Kurven. Allerdings brauchst du in langsamen Kurven, wie zum Beispiel in Monaco, sehr viel mechanischen Grip. Mercedes und Red Bull unterscheiden sich, denn sie besitzen beide unterschiedliche Radstände. Mercedes als Beispiel besitzt einen längeren Radstand, der sich in schnellen Kurven bezahlbar macht. Red Bull dagegen besitzt einen kürzeren, der wiederum vorteilhaft in langsamen Kurven ist. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.